Heute probiere ich mit euch zusammen einen Blair-Essel von der Weinquelle. Weinquelles Whisky-Choice. Da schwöre ich euch eins nackig in die Hand. Da ist kein unnützer Euro ausgegeben worden für Marketing. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich meine das alles lieb, das war nur ein bisschen neckisch und schämisch von mir. Nicht falsch verstehen. Ich bin ja froh, dass es solche Abfüllungen noch gibt. Für mich eine klassische Weihnachtsabfüllung, Weihnachten steht gar nichts von drauf. Aber ihr kennt das ja, die Händler bringen oft exklusive Abfüllungen raus, die nur sie vertreiben. Hier eben auch gleich unter dem eigenen Label, was ich einfach so süß finde. Und dann, in der Vergangenheit war es oft so, zu sehr attraktiven Preisen. Hier habe ich zehn Jahre ein Sherry Hog Set. Einzelfass, Fassstärke möchte ich noch dazu sagen. Ich nehme mal meine Karte. 54,2 Volumenprozente für 70 Euro. Ja, vor zwei Jahren hätte sich da keiner für großartig umgedreht. Aber in einer Zeit, in der, wie gesagt, Signatory Abfüllungen für weit über die 100 raushaut, die genauso alt oder manchmal auch jünger sind, wird es doch hier interessant, finde ich. Wir haben natürlich keine Ahnung, aus welchem Fasslager dieses Hog Set stammt. Aber ist mir ehrlich gesagt auch egal. Und ich mache hier so eine kleine Miniserie. Ich habe noch eine zweite Abfüllung. Ich hole die einfach mal. Stell mir den mal dazu, das irritiert sonst nur. Ich habe hier noch von einem anderen Händler so eine Abfüllung. Und ich sehe zu, dass ich diese beiden Videos jetzt spätestens Anfang Dezember irgendwie veröffentlicht kriege. Falls sich einer für die Abfüllung interessiert, dann kann ich Ihnen vielleicht da einen ganz, ganz kleinen Tipp oder so geben. Ein Dallium. Ich hatte ja letztens erst mal ein Flora und Fauna Video. Da hatte ich ja die 16-jährige Abfüllung von dem. Hatte ich, glaube ich, gesagt, man findet da diverse Aussprachen für den gälischen Brennereinnahmen. 19 Jahre. Also fast doppelt so alt. Kostet dann aber auch schon 110 Euro. Aber für diese 9 Euro mehr zahlt man dann in Anführungszeichen nur 40 Euro. Also Preise drehen zurzeit ja eh alle komplett am Rad. Jetzt Ende 2021. Möchte ich gar nicht einschätzen, ob das jetzt günstig ist oder normal. Also teuer auf jeden Fall nicht. Blair Essel Dallium. Ja, ich gebe zu, ich habe mich so ein bisschen von meinem Flora und Fauna Video beeinflussen lassen. Da hatte ich die beiden ja auch noch mit dem Ben Rinnis. Das habe ich jetzt hier nicht. Aber so ist das ja oft. Man hat irgendwo eine Brennerei und denkt, hm, ging ja ganz gut. Hat mir gut gefallen. Da möchte ich mehr. Und so ähnlich was hier. Auch. Die stehen ja jetzt nur stellvertretend für viele, viele andere Abfüllungen. Ich habe gesehen, ich glaube, viele Signatory Abfüllungen sind wieder da, die sich in meinen Augen aber irgendwo wiederholen. Die haben mich gerade jetzt nicht so abgeholt. Waren in dem Moment nichts für mich. Ihr wisst ja, ich trinke rein nach meinen Vorlieben, wie sie gerade herrschen. Nicht, weil mir irgendjemand eine Flasche zum Probieren geschickt hat oder was weiß ich, ich irgend mit einem Händler einen Vertrag habe. Um Gottes Willen, nein. Ich bin unabhängig. So, das noch mal am Rande. 52,4 Volumenprozente. Da, ich gucke es noch mal nach, ob das eine Fassstärke ist. Das möchte ich euch nicht garantieren. Und ja, wie gesagt, diese Abfüllungen sind ja dann doch im Vergleich meistens irgendwo vom Preis her attraktiv. Und den Daljun fand ich, ja, bei meinem Flora und Forna Video sehr ansprechend. Vielleicht hat dieser ja auch ein bisschen was davon. Ist ein Bad. Ich mache das jetzt so. Den lassen wir hier einfach mal stehe mal wieder aus dem Bild. So, aber dann wisst ihr, was noch kommt. Ich möchte die beiden auch gar nicht miteinander vergleichen. Deshalb mache ich zwei Videos, denn mir geht es einfach darum, wie sie separat für sich ausfallen. Sicherlich werde ich beim zweiten immer mal wieder auf den Playassel zurückkommen. Gut. Aber da habe ich ihn schon mal mit eingeführt. So ein kleiner Teaser oder wie man das nennt. Okay. Ach, die Farbe. Ich vergesse sie immer. Ich habe sie beide mal fotografiert. Und ja, er hier hatte wohl ein kräftiges Fass für einen Zehnjährigen. So heutzutage die Standard Herangehensweise, behaupte ich mal. Die Farbe sieht fast schon künstlich aus. Im Vergleich zu dem Daljun, der ein bisschen blass rüberkommt. Mal schauen, was das am Ende heißt. Aber ich denke, wir hatten hier ein aktiveres Hoxet. Geht von amerikanischer Eiche aus. Also mildere Eichentöne finde ich zurzeit gar nicht so schlimm. Denn wenn es frische europäische Eiche ist, hat die immer so viel Wumms, was mir dann bei vielen Einzelfassabfüllungen in letzter Zeit nicht so gefallen hat. Das kam mir nicht gelungen rüber. Um es mal so zu nennen. So. Überraschend voll vom Aroma. Ich hatte mir jetzt etwas verhaltener vorgestellt. Alkohol kommt minimal durch. Den hätte ich mir stärker vorgestellt. Ich hatte außer meinen, ja, Probe-Whisky mit 40 Volumen-Prozenten, hatte ich noch nichts heute. Geht denn da die Reise hin? Frucht steht im Vordergrund. Einfach Sherry zu sagen, ist zu einfach. Trifft es, finde ich, in meinen Augen nicht ganz. Ich weiß nicht, ob er noch ein paar Nasen nehmen muss. Ich hatte jetzt, der erste Gedanke war Stachelbeere. Stachelbeere mit ein bisschen so weißen Früchten, Pfirsich. Ein paar Kräutern. Nach hinten raus. Merkt man hier jetzt also definitiv, dass es amerikanisches Holz ist. Es ist schön, schön weich. Es kommt so eine Karamellnote. Eine holzige Karamellnote, die nach hinten, vielleicht wenn sie älter wäre, so ein leichtes Leder-Assoziation noch freisetzen würde. Aber sie ist irgendwie so davor. Man kann es eher ahnen. Aber es ist noch nicht so wirklich ausgeprägt. Aha, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, kriege ich auch rote Früchte. Stärk, ein bisschen mehr Eiche. Wirkt leicht. Man muss immer aufpassen, wenn man von Feuer und Rauch und sowas spricht. Also der ist natürlich nicht rauchig. Hat aber so einen leichten Eindruck, wie von so einem verkohlten Stäbchen so ein bisschen. Oder eben die ausgebrannte Eiche mit Karamell, Vanille. Dann kommt kurz eine rote Frucht, die ich jetzt eher bärig. Aber nicht super säurelastig. Ja, ich habe eben Stachelbeere genannt. Ich weiß, aber gerade wird er süßer. Nochmal voller. Ich nehme ihn jetzt einfach mal. Milchkirchen. Milchkaffee am Ende. Viel Süße dabei. Ich warte gleich mal den nächsten Schluck ab. Von der Frucht her. Jetzt beim ersten. Die säuerliche Seite. Die dann von der Süße abgelöst wird. Beeren, aber keine Rosinen, keine Datteln. Nichts wirklich richtig Dunkles. Aber dann kommt so ein Holzschub, den ich eigentlich auch vom 12er Blair Essel kenne. So was Kräftiges. Man kann fast Voluminöses sagen. Ich hatte es beim Blair Essel 12 Jahre aus der Flora und Forna Serie auf die Fässer geschoben. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen der Brennereicharakter. Ich hatte einfach zu wenig von denen, muss ich gestehen. Aber da beim Abgang erinnert er mich an den 12-Jährigen. Wie heißt das? Bergamon oder so ein leicht herbbitter. Bisschen Citrusnote. Er ist ja noch relativ jung, wie gesagt. Zehn einhalb. Ich verdünne ihn gleich auch mal. Aber so, ich fand ich, dass ich ihn gut jetzt als erstes unverdünnt nehmen kann. Mit den 54 Prozenten ist der ja nicht irgendwo über meinem persönlichen Bereich, wo ich mich so bewege. Ich verdünne ja gerne so auf 55 runter und da liegt er ja mit den 54 ganz, ganz schön. Ja, so leicht herbbitter, hört sich so böse an. Schweppes ist jetzt auch die falsche Ausdrucksart. Das ist irgendwas aus dem Sherryfass mit der Frucht. Man könnte jetzt so von Citrusschalen sprechen. Bisschen Ingwer, aber so leicht eher das, also nicht die Schärfe vom Ingwer, sondern das, was dann übrig bleibt. Also das kombiniert schön mit diesem Hockshed, finde ich, mit dem Holz her. Also das Holz kommt, finde ich, so ein bisschen älter rüber. So 15 Jahre oder so. Also jetzt in der Kombination, wenn ich tippen müsste. Das passt ganz gut. Nur ist noch zu fruchtig dafür. Naja, der Alkohol, ein bisschen kommt er da durch. Aber generell ganz, ganz ansprechend gemacht. Dieser Milchkaffee mit nach hinten so ein bisschen schwarzer Tee. Ich möchte da jetzt nicht von irgendwelchen Zartbittersachen sprechen oder Tabak oder so. Nee, so weit ist der nicht. Durch die amerikanische Eiche fällt er da auch ein bisschen anders aus. Aber sagt mir persönlich, nicht nur, weil es jetzt vom Klischee, ich meine, ihr könnt es mir auch unterstellen, dass ich es einfach so haben will. Oft genug glaubt man es ja dann auch selber. Es ist für mich auf jeden Fall ansprechender als die letzten Signatory-Sachen, die in diesen schweren Finish oder die diese schweren Fresh-Sherry-Butt-Finish bekommen haben. Da hatte ich ja mal, glaube ich, Anfang des Jahres vier, fünf oder so probiert oder um den Dreh. Da waren eins, zwei, die okay waren. Ich glaube, der Mordlach, der war so einfach total heftig, dass es irgendwie okay war. Und ich glaube, ein Old Paltney, der war dezenter und dazwischen war noch ein bisschen oder da waren noch ein paar andere. Aber die haben mich nicht persönlich abgeholt. Da hätte ich wirklich lieber sowas gehabt, wenn man dann eben noch Geld sparen kann. Also er fällt dann hier auf einer modernen Art klassisch aus. Er ist nicht eindimensional, er ist nicht irgendwie übergepappt, übergestülpt, erschlagen von einer europäischen Eiche, weil das Fass so frisch ist, dass so viele Tannine da rauskommen, die man gar nicht auf einmal haben will. Und umgekehrt, da das Fass noch sehr feucht ist, sage ich mal Klischee, zu viel Frucht, dass die auch irgendwo eintönig oder pappig wird. Hier gibt es ein schönes Spiel zwischen Holz und der Frucht und am Ende, wie ich behauptet habe, so ein bisschen Blair Essel-Eindruck, wie ich ihn vom Zwölfer kenne. So ein bisschen Heide, dazu mein Pfirsich mit Erdbeeren. Er ist jetzt so ein Ticken heller geworden. Und dann Honigsüße. Und nach hinten wieder diese Milchkaffee-Holznote mit so ein bisschen einer leicht bitteren Zitrusfruchtschale. Da verliere ich ihn fast schon aus dem Mund. Ah ja, verdünnt ihn ein bisschen. Die glanzstarke oder die Spitze vom Alkohol ist ein bisschen weg. Aber je nach hinten raus so ein bisschen eine pfeffrige Note, ja. Die passt aber ganz gut zu dieser süßen Fruchtigkeit, die da getragen wird. Gleichzeitig, wie gesagt, ein bisschen, was mich eben an Tee erinnert, was mich an so eine bitteren, herberen Note erinnert. Erinnert sind keine Nüsse, finde ich. Das passt nicht, aber das ist ein ganz schönes Spiel. Also hier, ich hatte auch schon Fässer, wo ich gesagt habe, da ist ja nur Frucht, da ist ja gar kein Holz. Hier ist Holz. Ist da. Ja. Okay, ich möchte es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, aber der ist, ich möchte ihn jetzt nicht über den Klee loben, aber man bekommt etwas, das ich Whisky nennen möchte, etwas, das einen Cherry-Einfluss hat, schön viele fruchtige Aromen, wie es heute gewünscht ist. Und mit der amerikanischen Eiche in Holz, dass das Ganze untermalt und ein bisschen, ja, so ein gegenseitiges Wechselspiel ergibt und nicht, wo entweder eins gar nicht vorhanden ist oder das starke europäische Holz heute aus den frischen Fässern erschlägt, den malt wiederum. Das habe ich hier nicht, also alles ein bisschen dezenter, generell fasslastig, kräftig, ja, und unabhängig vom Preis ist das generell eine schöne Sache. Eben, ich komme nochmal auf den Abgang, weil ich den immer noch habe, da kommt irgendwie für mich dieser Flora und Fauna Blair Essel zwölf Jahre durch. Okay, jetzt probieren wir mal so in 1, 2 Stunden den Daljun mit 19 Jahren. Mal gucken, wo da die Unterschiede sind. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt probieren wir mal so in 1, 2 Stunden den Daljun mit 19 Jahren.